hallo meine lieben freunde auf youtube und innerhalb von youtube ich wünsche euch allen frohe pfingsten und jo das ist evan das ist auch ein anderer jens und der lukas auch freunde von mir und ganz viel spaß noch an den feiertagen und ja und bleibt schön gesund und ja und ich freue mich immer wenn ihr einen daumen nach oben da lasst und ich hoffe euch lieb